Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute wollte ich einfach nur zeigen dass das neue 20 Euro Paket da ist und zwar werden wir jetzt hier hinten gehen erstmal wollte ich euch den Shop kurz zeigen, das hier ist der Shop, ich zeige euch kurz die Emotes, wahre Liebe, dann haben wir Showstopper, dann haben wir neu den Hängegleiter, der eine krasse Animation hat, der kommt irgendwie ja von woher immer, dann haben wir den Marvel Skin, das zweite Paket und dann noch den Tanz und hier noch einmal die Spitzecke von ihm und was ich eigentlich zeigen wollte in diesem Video ist hier das Inferno Paket, auf jeden Fall draußen, ich kann es euch kurz erklären, wenn ihr das kauft, bekommt ihr natürlich den Skin, so dann bekommt ihr einmal heraus, also Aufgaben, da könnt ihr euch einmal die Lackierung verdienen da unten, die Spitzsacke, die ihr unten sehen könnt und insgesamt sind es 1000 V-Bucks und ja dafür müsst ihr einfach Aufgaben machen, dann bekommt ihr die und ja die Aufgaben, zu zeigen, schaltet ihr frei, wenn ihr den Skin euch für 20 Euro gekauft habt und ja, also insgesamt ist das Paket, habe ich schon mal ausgerechnet mit der Lackierung, Spitzsacke und Skin und die ganzen V-Bucks, die man bekommt ca. 40 Euro wert, heißt es würde sich eigentlich ganz okay lohnen, je nachdem wie man den Skin findet, ich feiere den nicht so heftig, deswegen werde ich mir das auch nicht kaufen und ja, war es auf jeden Fall mit dem Video, haut rein und ciao.